Jo yeah und willkommen zum Tutorial von der legendäre PoPo. Vorwarnung, dieses Video wird bescheuert, da keinen bescheuerten Spaß versteht. Der minimiert das Video jetzt, drückt auf gefällt mir, auf abonnieren, auf teilen, kommentiert mit Hashtag geil und schließt dann den Browser, schaltet den PC ab, zieht den Stecker und springt ganz schnell vom ***. Nein, bitte nicht, mach das nicht. Okay, den legendären PoPo haben wir hier eingeladen, der möchte auf ein Schiff kommen und mir zeigen, wie mal eine Klasse spielt, den Hexer, da ist er auch schon, ich weiß nicht, wer das in Wirklichkeit ist, er ist bei mir im, also nicht bei mir im BTS, aber er ist der Tutoriale Master und ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was kommt, ich hab hier mein Parsec mal bereit gemacht, ihr seht, ich kriege 373 DPS hin, das sind 300 Schaden pro Sekunde auf Level 70, das ist, ich dachte, das wäre gut, ich nutze immer diesen Lichtschwertschlag hier, weil der besonders episch aussieht und mit meiner legendären Waffe kann ich damit vor allem Junglinge aufschlitzen und er möchte mir zeigen, wie das richtig funktioniert, ich weiß aber nicht, wie gut er ist, boah, das ist der legendäre Popo, der sieht aus wie ein richtiger Popoman, folge mir doch mal, Herr Popoman, in den Kommandodeck, ne fuck, ich meinte Crewdeck, komm mal wieder zurück in Crewdeck, zurück in Crewdeck, zurück in Crewdeck, Scherz, ich hab dich verarscht in Kommandodeck, nice, tut mir leid, vielleicht wirst du mich auch gleich genug verarschen, aber den Spaß musste ich mir jetzt leider geben, zu lieb, kommandodeck, bam, boah, heftiger Typ, ich muss mal mein Lichtschwert ab, boah, ich muss mal vielleicht mein Faust hier reinnehmen, das dürfte unter Vermächtnis sein, boah, schiesch, kranker Typ ok, ja, damit's natürlich fair ist, muss ich natürlich, ähm, meinen Charakter nackt machen ach, zieht die Scheiße aus ach komm, mein Inventail ist voll, das kann doch nicht wahr sein dann hier schnell was öffnen, ja kranker Typ, boah, so, bitte zeigt mir wie das funktioniert, ich weiß es nicht, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Tutorial machst, und ja, dann sag doch mal wie man das ganze beginnt, ich mache das meistens immer mit Lichtschwertschlag, beende den Kampf auch mit Lichtschwertschlag, für so eine Chlorschnecke zum Beispiel brauche ich höchstens eine Minute, das ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut, ich habe gehört, dass man so vor allem auch im PvP, im Ranked richtig geil spielen kann, am besten auch die Rüstung ablegen, damit man aufs Level der NPCs runterkommt, und, ja, bitte erkläre mir wie das funktioniert oh mein Gott was macht er denn da ach du Scheiße da liegen deren Popo was hast du mit mir vor wo ist die Nachricht, ich will wissen was du tust du Popo Mann, komm her okay, ja, Mann was soll ich tun, brauchst du noch oh oh, 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 was muss ich machen, ich weiß es nicht kannst du es mir zeigen ah, shit oh, den Schock, Usal, der ist immer guter den Schock, oh mein Gott ah, nein oh, ich hab Popo Mann getötet fuck nein es tut mir nichts ich wollte dich nicht töten okay, müssen wir nochmal machen okay, ja Zeig es mir bitte. So, bitte, erkehre es mir nochmal. Also, zuerst hatten wir den Schock. Ja, jetzt habe ich sogar 300, ja, 358 Schaden. Boah, ich habe sogar fast meinen fast meinen Rekord geschlagen. Ich hatte mal 500 Schaden. In einer Sekunde. In einer Sekunde. Und in PvP ist das richtig gut. Geesh, was macht der da? Oh mein Gott, was muss ich... Oha, du hast mich da hinten gekickt, Alter. Wie macht man... Bringt das auch was in PvP? Kannst du mir was dazu sagen? Bringt das was in PvP? Ist das gut? Ja! Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Und wie sieht es mit Ranked aus? Machst du das an Ranked? Das ist einer guter Stunner. Okay. Oh Gott. Alter, guck mal, wie viel Schaden der mir schon zugefügt hat. Boah, 51.000. Ja gut, in den letzten 10 Minuten. Ja, ich habe 51.000 Schaden bekommen. Oh mein Gott. Der Typ ist eine Bombe. Shit, und wenn ich ihn jetzt angreife, dass ich ihn töte. Ach du Scheiße. Ja, prügel dich komplett kaputt. Nicht. Okay, okay, dann greife ich ihn nicht an. Ist okay. Shit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Fuck, nein, das wollte ich nicht. Oh nein. Oh, ich habe mit meinem Rechtsklick. Oh nein. Scheiße. Also ich wollte dir mal zeigen, wie ich das immer mache. Ich nutze nämlich immer diesen Skill hier. Ist das gut, wenn ich das mache? Guck hier, ich habe dich mit einem Schlag getötet. Ist doch voll gut. Ey, wie nein. Ey, das kann nicht sein. Nicht guter? Oh fuck. Ich wusste nicht, dass wir Jaja im Game haben. Du bist Jaja Binks. Sag es mir. Komm, du bist Jaja Binks. Du bist Jaja Binks. Ach komm. Ich wundere nicht. Ich bin gerade mit dem TS mit ihm, aber er ist gemutet, weil er anonym bleiben möchte. Aber jetzt ist er bekannt. Er ist der legendäre Popo, man. Und er kriegt jetzt ein paar Credits. Aber das sind nicht 50 Millionen, die ich da jetzt, nein. Oh mein Gott. Guck dir als erster dein Vorbild an. Guck hier, wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Oha, da. Oh, shit. Er macht's mit ihm. Gerade. Er sieht ein bisschen, ja. Jo, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Oh. Yeah. Kranker Typ. Woo. Immer der pure Masarin. Gut, den er... Okay. Das wusste ich gar nicht. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Kommen wir jetzt zu Thema. Okay, ja gut. Ja, wir sind voll abgedriftet, man. Das kann nicht sein. Shit. Ja, man. Also, ich habe jetzt 50 Schaden gemacht. Ist nicht ganz so viel wie sonst immer, aber wir müssen irgendwie auf 10 Min steckern. Wir sind jetzt bei 9 Minuten 30. Wir sind sogar schon fast bei 10 Minuten. Da war ich zu viel Scheiße. Gibt das in den Streams genauso? Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Okay, egal, 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 egal. Okay. Wie ist das ein Fröhliches? Okay. Ist das jetzt der finale Kampf? Oh mein Gott. Shit. Was für ein Astralkörper. Bist du Schwarzenegger? Okay. Und dann musst du... Dementsprechend... Also, gut. Dir immer deinen Gegner an. Guck dir... Okay, gut. Ja. Und dann musst du dementsprechend reagieren. Hm. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist Lazarus. Was macht der da? Hallo. Guck mal, ich kann mich bewegen. Und er bewegt seinen Kopf mit. Vielleicht kriegt er gleich einen... Ähm... Scheifen Nacken, weil jetzt die ganze Zeit... ... bewegt. Er hat nie ganz... Ich kann da nicht zuschauen. Not family friendly. Nunea. Immer gut. Der Gena muss in die Täuschung, aber... ... muss ich unter Shatter. Okay. Hm. Immer gut. Dine, rein. Prost, Dine. Okay, ja. Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich versuch's mal mit... Das sieht... Ich glaube, das ist die richtige Lösung. Oder? Hm. Ist es das hier? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Das hier vielleicht? Oh nein, das kann nicht sein. Komm. Komm, ich hau dich... Ich geb dir so viel Heilung, dass du davon stirbst, Mann. Ist doch so. Wenn man trinkt... ... und zu viel trinkt... ... kann man daran ertrinken. Und wenn man heilt... ... und zu viel Heilung bekommt... ... dann kann man davon... ... erheilen. Boah. Safe, das sah heftig aus. Oh shit. Alles habe ihr vergessen. Oh mein Gott, jetzt sagt er, wer er ist. Oh mein Gott, jetzt sagt er, wer er ist. Wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Safe, er streamt gerade. Ruf, wenn du erlaubst. Erlauber. Ja klar, ich mache Erlauber. Komm, alles klar. Schieß los, wer bist du? Nimm mal dir ein Beispiel an, Letzoros. Okay, ich soll mir ein Beispiel an Letzoros nehmen? Ja, er kann richtig gut tanzen, das ist das Problem. Er hat immer ein guter Helmer. Ja, das stimmt, ja. Aber bin ich gut genug, um diesen Helm zu kriegen? Und so zu tanzen, Alter. Oh mein Gott. Ich hoffe nur, ich bin im Discord die ganze Zeit gemutet. Ja. Ja, okay. Letzorosu. 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 Ich erneine dich zu legen. Oh mein Gott, der legendäre Popo Master. Heilig sollst du sein. Alter. Giraffen, doch. Oh mein Gott. Oha. Seht euch das an. Er hat ihn heilig gemacht. Oh mein Gott, hast du das gerade wirklich gemacht? Du bist ein hoher, intelligenter Welsand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Ja, ich muss das Video aber, glaube ich, langsam beenden. Wir haben die 10 Minuten schon längst überschnitten. Überschritten, überknitten. Und ich muss da nichts mehr schneiden. Und irgendwelche Intros und Outros hinzufügen, damit ich 10 Minuten kriege. Weißt du? Okay, ja, ja, ja. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Da du ja jetzt legendär bist, ich mal meine Identität... Oh mein Gott, du bist... Bist du... Lass mich raten, du bist von Ray... Die Mutter. Du bist von Ray, die Mutter. Wer bist du? Ich will wissen, wer du bist, da. Ich setze meine Maske ab. Oh mein Gott, wer bist du? Oh, bitte sag es mir. Bitte zeig... Oh mein Gott, das ist das, Baris. Schwuler Sohn. Ist es wahr? Bist du das? Dein Geheimnis? Ich wurde immer zusammengeschlagen. Ich bin mein Baris. Leute, wenn ihr im Wald spielt, traut euch ruhig und schreibt das in die Kommentare. Wir können uns gemeinsam als nackte Crew darum kümmern. Keine Angst, wir können auch gerne auf Discord kommen und immer mit uns reden. Oh mein Gott, Alter, was... Alter, das tut doch bestimmt weh. Ich wurde nicht genug, äh... Aber ihr wurdet zu Legenderer de Popos. Bin ich auch der erste Legende? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie oft dieses Video hier gemimt wird. Ich... Ich muss das Video langsam beenden. Kann nicht mehr. Ich muss... Es beenden. Ihr erinnern Jacket zu Popomans. Es ist der Letzeros. Es ist mein Meister. Und du bist der... Legenderer Popo. Oh shit. Ey, er macht gerade den Gandalf. Geh weg. Okay. Ich wollte dich nicht erletzen. Wisse noch ein paar Credits haben. Ja, okay, man. Ich hoffe dir was Schönes davon ab. Kannst du dir einen Snickers davon kaufen? Ähm, bitte nicht am Kiosk, da kriegst du nur einen halben Snickers und der kostet auch noch 3,50 Euro. Ähm, bei Penny kriegst du den, ähm, eine ganze Sechserpackung für 69 Cent. Und ja. Ich würde sagen, wir müssen das Video jetzt beenden. Boah, vielleicht will der noch so ein Set haben. Schiisch. Mein Pipi-Mann geht da hoch. Oh nein. Warum mach ich das eigentlich? Zieh ja das dann mal an. Bitte, bitte, trage es als wahrer legendärer Popo-Manna. Okay. Bitte tu es für mich. Hast du nicht getan? Okay, kannst du das in dein Kleidungsding anziehen? Ich will sehen, wie der Meister, der Großpopo-Mann damit aussieht. Bitte. Keiner Tapferkeit, super. Pack das in dein, in dein Kleidungsdesigner da außen. Guck, ob das da reinpasst. Ist ja richtig geil. Ich würde mir wünschen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Boah, wenn wir den noch in die Gilde kriegen, ich glaube es nicht. Kannst du es trotzdem nicht anziehen? Ich will ein eigener Rang. Du kriegst ein eigener. Kannst du mir einen zurückgeben? Na, dann gebe ich jemand anderem. Oh mein Gott. Dann geben wir, dankeschön, dann gebe ich, wer ist das? Let's do it, komm, Jacka. Der ist so arm am Boden. Wir müssen einfach mal gucken, ob er auch das Ding da anhat. Oh Gott. Das legendärste Video, das ich hier mal skippe. Wer neigt euch vor Puppe, Mann, vor Let's do. So, und welches Dingster bist du jetzt? Boah, Tapferkeit 14, Mann. Gilden Rekordhalter. Gilden Rekordhalter. 57, Mann, seid ihr alle so schlimm. Oh mein Gott, das habe ich immer vergessen. Okay, ich muss das Video jetzt beenden. Gibt es noch abschließende Worte? Meine Gangens, bitte, bitte sagt noch eure letzten Worte. Wir sind gleich bei 20 Minuten von Dummerer Gelaberer. Und wir haben Jar Jar Bingsa gefunden. Geht immer weiter hoher. Oh mein Gott, ich muss hier erstmal einen Rang erstellen. Die pulls nach Binne Abteilung rein zu sagen. Ich bin nur in der Rang erstellen. Höhey, carbono. Geht immer weiter, ja. Geht immer wieder, nicht mehr. Geht immer weiter, echt? Was heißt das? bist du zufrieden du bist verband nein jordan acht checker okay ich muss jetzt leider ich hoffe du bist mit deinen fünf millionen credits zufrieden ddw ist der großartige meister vermächtnis name der gruppe mannes jetzt sind wir auch mit 20 minuten rum hoffe ich konnte euch ja guter unterhaltener und bitte teilt dieses video gut dann hast du wirklich keine letzten worte mehr oder waren das schon die dann werde ich jetzt beenden kannst du uns deine identität verraten ohne dass du ein verräter wirst oh mein gott oh mein gott oh mein gott es geht ihm wieder gut okay dann war es das ich bedanke mich für eure popozeit und dann ja er sagte selber tschüss meiner lieber freunde wenn du im discord noch was sagen möchtest ein teamsteak und wirklich kein mikrofon also ein mikrofon haben solltest bitte fragt einfach ein wort bitte wie soll ich ohne dich okay also in der gilde geht es eigentlich nicht so ab wir machen jetzt eine proberung wir sind noch nicht mal mehr in den top ten aber wir haben 47 punkte ihr könnt gerne rein da geht es eigentlich ganz normal zu nur dass wir keinen popo manne haben ihr seid mal die guten pupus die alle da draußen die da zuschauen ihr seid immer die guten pupus immer und du bist jetzt berühmt okay jetzt muss ich das video beenden ich bedanke mich vielleicht sind wir in episode 9 wieder jaja jaja bix und jetzt hebe ich meinen arm und jetzt senke ich und jetzt sage ich dass ihr dieses video likend ich abonniert die glocke einschaltet dem discord beitreten sollt und jetzt sehe ich meinen arm und jetzt sehe ich meinen arm und jetzt sehen wir uns im nächsten paar tschau Aua Scheiß 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 Scheiß